Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Slow Full Dialogues. In der ersten Folge haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was uns überrascht hat, als wir zum ersten Mal nach Berlin gekommen sind. In dieser Folge machen wir mit dieser Frage weiter und es ist eigentlich Teil 2 von Was hat dich überrascht, als du nach Berlin gekommen bist? Den kompletten Text zu diesem Dialog findet ihr wieder auf unserer Webseite auf slowfull.com und falls ihr irgendwelche Wörter oder Phrasen nicht verstehen könnt oder euch nicht ganz sicher seid, was wir sagen, könnt ihr einfach auf slowfull.com slash german slash dialogues nachschauen, was wir gesagt haben. Wir hoffen, das hilft und falls ihr Feedback habt oder Kritik, schreibt uns einfach eine E-Mail. Viel Spaß! Was hat dich in Berlin überrascht? Also, ich komme ja aus Deutschland, daher hat mich vielleicht vieles nicht so sehr überrascht, dass andere Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen, vielleicht sehr überraschen würde. Aber als ich in England gewohnt habe und dann nach einer langen Zeit mal wieder in Deutschland war, habe ich bemerkt, dass ich ganz vergessen hatte, wie beliebt es hier ist, sich praktisch zu kleiden. Und das hat mich überrascht. In Deutschland legen viele Menschen sehr viel Wert darauf, sich praktisch und funktional zu kleiden. Wert auf etwas legen bedeutet, dass man etwas sehr wichtig findet. Viele Menschen hier legen großen Wert auf die Funktion ihrer Kleidung, dass sie warm im Winter ist und dass es viele Taschen gibt und so weiter. Ja, das war für mich auch eine Überraschung. Als ich aus England hierher gezogen bin, habe ich schnell bemerkt, dass viele Frauen hier sich nicht so oft schminken oder hohe Absätze tragen. Und auch Männer sehe ich hier in Berlin eigentlich fast nie im Anzug. Im Gegensatz dazu habe ich das in England öfter gesehen. Im Gegensatz bedeutet, dass zwei Dinge sich stark voneinander unterscheiden. Ja, das stimmt. Stattdessen sieht man die Leute oft in Funktionskleidung. Also viel Outdoor-Kleidung oder praktische Kleidung. Das, was jemand zum Wandern oder Klettern tragen würde. In England habe ich zum Beispiel selbst im Herbst noch viele junge Männer in kurzen Hosen gesehen. Das würde man in Deutschland im Herbst nicht sehen. Aber dann gibt es auch all die alternativen Leute in Berlin, wie zum Beispiel Punks, die oft auch Klamotten tragen, die sehr kreativ und dann nicht so praktisch sind. Das ist ein interessanter Kontrast, den ich besonders mit Berlin verbinde. Ja, ich finde, man kann diesen Kontrast hier in Berlin auch im Nachtleben sehen. Die Leute kleiden sich oft sehr kreativ, aber es ist auch ganz normal, diesen Stil mit ganz praktischen Rucksäcken und abgenutzten Turnschuhen zu kombinieren. So ein bisschen so, als würde man auf ein Festival gehen. Das finde ich auch. Apropos Nachtleben in Berlin. Als ich zum ersten Mal in Berlin war, und das ist jetzt schon echt lange her, hat mich das Nachtleben besonders überrascht. Besonders, was für einen hohen Stellenwert das Nachtleben hier hat. Wenn etwas einen hohen Stellenwert hat, wird es sehr ernst genommen und ist sehr wichtig. Das Nachtleben hat also einen hohen Stellenwert hier in Berlin. Und das geht, glaube ich, aber auch sehr vielen so, die zum ersten Mal nach Berlin kommen, dass sie davon sehr überrascht sind. Und darum ist Berlin auch so gefährlich. Berlin kann eine Stadt sein, die dir hilft, wirklich kreativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Aber es gibt auch viele Studenten, die hier hinkommen, um zu studieren und dann im Nachtleben einfach verloren gehen. Das hat mich auch überrascht, wie ernst das Nachtleben hier genommen wird. Clubs sind hier sogar offiziell als kulturelle Einrichtungen anerkannt, so wie zum Beispiel auch Theater. Dass die Clubs nachts so lange aufhaben, dass manche Clubs sogar das ganze Wochenende lang nicht zumachen, hat mich überrascht. Und auch, wie viele verschiedene Clubs es hier gibt und dass man überall Techno hört. Ich finde, all das zeigt, wie wichtig das Nachtleben hier ist und wie ernst es genommen wird. Ja, das finde ich auch. Es gibt zwar auch andere Städte in Deutschland, die ein sehr aktives Nachtleben haben, aber meiner Meinung nach ist Berlin da wirklich am extremsten. Selbst in London fand ich das Nachtleben nicht so extrem. Das war die zweite Episode von Slowful Dialogues. Den Text für diesen Podcast findet ihr online auf slowful.com unter Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Dann bis bald. Dann bis bald. Jetzt bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020